Die Faltkartons in dieser Rubrik sind aus zweiwelliger Wellpappe gefertigt und sind auf der Längsseite 300 bis 400 mm lang. Die in der Tabelle angegebene Maße sind Innenmaße, wobei immer die Länge, die Breite und die Höhe innen benannt sind. Die Belastbarkeit beträgt ca. 30 kg. Bitte beachten Sie die jeweiligen Verpackungseinheiten in der Spalte VPE.